Weiter geht's mit City Skylines in der Stadt Despawn City. Bewertet den Part und viel Spaß! Und abonnieren nicht vergessen, passt da auch nichts mehr. Wer wissen möchte, was das für ein Let's Play ist, guckt mal in die Videobeschreibung, da findet ihr eine Playlist, da wird alles beschrieben. So, das erste, was wir machen werden, sind diese Staudämme entfernen. Ist zwar schön so 300 Megawatt, aber man sieht, hier nehmen die Wassermassen zu, ne? Das ist echt schon krass. Also die Wasserphysik finde ich echt cool in dem Game. Aber das hier muss jetzt leider weg. Und das wird jetzt so cool, zum Glück wohnt da noch keiner. Achtet mal drauf jetzt. Wo wir gerade bei Wasserphysik sind. Okay, das ist das, im ersten Moment sieht es echt doof aus. Aber dann, aber dann geht's. Dann geht es, guckt es euch an. Das Wasser befreit den Fluss. War das nicht bei Herr der Ringe? Ich glaube schon, oder? Lief doch letztens wieder. Läuft das an jemand zur Weihnachtszeit? Ich glaube schon. Und ich glaube, den Fluss befreien an der Stelle hat sich gelohnt. So, wo wir jetzt gerade beim Befreien sind. Wir haben hier letztens eine U-Bahn gesetzt. Wir gucken einmal ganz kurz, wie die performt. U-Bahnen, U-Bahn-Linie 100, lol, 171 Passagiere. Das ist echt schon krass, ne? Für eine fucking Bahn, die da hin und her fährt. Das ist schon geil. Ich glaube, wir könnten echt Plus machen mit unserem Nahverkehrssystem. Warte, wo ist hier Geld? Hier ist Geld. Budget, Nahverkehr ist hier. Wir machen mit der U-Bahn. Minus 464. Ich dachte, wir machen mehr damit. Aber es ist schlimm. So, wir brauchen 12.000 für die große Station. Die kommt dann hier hin und von der entfernt es sich dann in alle anderen Richtungen. Ich sehe gerade, wir haben eine Mülldeponie, die bereits leer ist. Die lassen wir gerade leer machen. Zwei sogar schon. Die fehlt noch. 19% voll. Müsste im Moment auch leer sein. Also ist die halt auch weg. So, wir haben letztens hier weitergearbeitet. Beziehungsweise gearbeitet ist gut. Wir haben hier, wie nennen wir es? Bahngesetz. Nennen wir es so. So, wir machen jetzt hier noch eine Haltestelle. Da sind Wohnge... Ich mache die auf der Seite. Das Witzige ist, ich weiß nicht, wer es kennt. Ich wohne ja in Essen. Hallo an alle, die hier auch wohnen. Und da gibt es eine U-Bahn. Die ist in Essen-Rüttenscheid. Und ich glaube, vom Rüttenscheider Stern zur Martinstraße kann man U-Bahn-Technisch die andere Haltestelle sehen. So. Also da steht man hier. Und wenn man dann in den Tunnel reinguckt, sieht man die andere Haltestelle. So. Also, klar, denken sich die Leute jetzt so, wow, hui, der kann eine Haltestelle sehen. Aber an sich, ist das doch krass, oder nicht? Warte, wie... Ja, so ist gut. Top. Einfach um einen verlängert. Jetzt können die bis hier hinfahren. Oh, es hat kurz geleckt. Ich weiß nicht warum. Aber alleine, dass ich diese Fahrradwege... Guck mal, guck mal. ...überall benutzt habe. Hui. Auch von nahen sieht die Stadt echt schon schön aus. Okay. Wir brauchen mehr Einwohner, war unser Ding, ne? Und mehr Parks und Plätze an der Stelle. Das ist echt schön, wenn das... Das passt ja genau da rein. Machen wir direkt. Guck, und dann kommen hier noch ein paar große Geschäfte hin, so. Da auch. Dann kommen hier noch ein paar große Wohngebiete hin. Die sind jetzt sowas von voll, ne? Achte drauf, achte drauf. Das wird krass jetzt. Oh, warte mal. Wenn das verbunden ist, kann der weg. Oh ja, der kann sowas von weg. Der ist verbunden. Warum ist denn da sowas? Das ist doch voll so ein Zweier... Oh, egal. Ah, nee, gar nicht. Da ist... Die Kante ist versetzt, ne? Das ist echt schade. Jetzt bin ich traurig. Äh, da ist noch ein Müllverbrennungskraftwerk. Was auch an der Stelle stehen bleiben kann. Wie hoch ist das ausgelastet? Fast auf... Möhre sehr... Fast auf Maximum, ne? Ja, es ist auf Maximum. Davon brauchen wir später noch mehr, auf jeden Fall. Und da können wir jetzt schlecht... Also die Kontaminierungszone von so einem Gerät ist relativ hoch. Schade, dass man sich das nicht noch im Nachhinein angucken kann. Aber ihr seht schon. Bis zu der Kante auf jeden Fall. Na komm, ich mach hier. Oder ein Recyclingcenter. Mehr Abfall recyceln, sodass weniger Müll entsteht. Das Zentrum verwandelt Abfall in geringere Menge an Rohmaterial. Machen wir auch nochmal hin. Das ist auch ein bisschen kleiner und ist laut, muss man sagen. Der Recyclinghof. Cool. So, das lassen wir da stehen. Wir machen hier in der Ecke noch ein paar kleine Industriegebiete. Die machen wir überall mal wieder hin. Einfach aus dem Grund, damit nicht überall oder irgendwo dann so mega viel auf einmal ist. Weil mega viel Industrie bedeutet auch mega viel Traffic. Und das wollen wir hier verhindern, ne? Wie gut wir das verhindern, werden wir sehen. So, jetzt kann man da drumherum laufen. Und das hier machen wir bis in die Ecke rein. Oh, ich mag MoVit, ne? Auch wenn es jetzt kein Muss gewesen wäre, das da hinzuziehen. Aber war auf jeden Fall cool. So, hier kommt Industriegebiet hin. Was für Geräusche die Stadt hier mal macht, ne? Da kommt keins hin. Kommt nur hier hin, wenn man da reinfährt. Hinter dem Felsen ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Industrie. Genau wie hier. Und das war's in der Ecke mit Industrie. Mehr wollen die auch, glaube ich, gar nicht haben an der Stelle. Können hier am Rand noch Bürogebiete hinmachen. Weil denen ist das eigentlich Wumpe, wie... Also wie krass verseucht das ist, soviel ich weiß. Ja, das ist gut. Und hier machen wir auch noch mal ein paar Wohngebiete rein. Und zwar genau hier. Was eventuell reicht für 12.000 Einwohner. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir gucken. Ist das alles gut? Ist das fertig? Noch nicht. Ah ja. Das ist aber auch schon fast voll, ne? Möhreserven 200.000. 350.000. Ist schon echt viel, was die verarbeiten. Da ist auch schon mal 360.000. Also wir sind schon am Limit, ne? Da müssen wir... Dass sich das nicht verbindet. Gibt's nicht irgendwas, was ich hier in die Mitte stellen kann? Ich überlege gerade. Oder wir machen hier so eine Pommesbude hin. Pass auf. Hier. Da auch noch eine hin. Guck. So. Platz für Pommesbuden. Ich weiß nicht, ob das da reicht. Kann man... Ne, wollte gerade sagen, das ist da der Park. Da kann man nichts reinlegen. Ah, oder wo müssen wir da echt tiefer machen, das Ding? Ich mache einmal so und den Rest lasse ich so. Wenn sich da was bildet, müsste sich das eigentlich verbinden. Oder wir machen da einen Park hin. Geht natürlich auch. So einen ganz kleinen Minipark. Obwohl, ein Parkplatz wäre eigentlich viel cooler. Aber einen Parkplatz habe ich nicht, ne? Ist das ein Parkpflege... Ja, genau. Parkpflegegebäude. Und nice. Dann haben wir noch das Biodom. Ich überlege gerade, wovon ist das denn? In diesem großen Gebäude mit kontrolliertem Klima findet eine Vielzahl an vom Aussterben bedrohten Erpflanzen... Achso, findet man eine Vielzahl von... Naja, okay. Das Biodom. Creator Package. Okay, wir lassen einfach mal da stehen. Wir haben jetzt gleich 11.000 Einwohner. Hier würde ich vorschlagen, machen wir noch einen Gehweg hin. So, und da kann man hier rüber. Da ist der Zebrastreifen nach da. Zebrastreifen nach innen würde ich eher entfernen. Also normalerweise läuft hier keiner innen entlang. Das ist jetzt auch kein schnellerer Weg. Im Normalfall wäre der schon schneller, wenn man hier rüber geht und da. Aber das macht keiner von den Leuten. Das ist schon mal gut. Keiner blockiert das. Da ding. So, in die Richtung. Dann kürzen wir hier noch einmal ab. Wie gesagt, Gehwege sind mega wichtig. Die laufen so gerne, die Leute. Es ist unglaublich. Das ist wirklich genau gegenteilig wie in echt. Wobei Holland und so, die fahren ja super viel Fahrrad. Und Holland ist auch einer der Städte, oder einer der Länderstädte, die wenigsten Herz-Kreislauf-Tote haben. Weil viele da halt fahren und trainiert sind. Wer hätte das gedacht? Warte mal, alle? Nee. Wo snappt er denn da ein? Ach so, wegen Snapping. Alles klar, alles klar. Alles klar. Hallo? Ne, will trotzdem da rein, ne? Aber ist ja egal. Jetzt machen wir so. So. Ist ja trotzdem verbunden. Echt jetzt? Hier kann man nach so einer Art Park machen und so verschiedene Wege aus ins Innere und am Rand entlang. Das wird cool. Also sowas hier zum Beispiel. Dann so. Und dann kann man jetzt hier was hinbauen. Ah, guck mal, ist jetzt verbunden. Alter, was für riesige Gebäude hat entstanden. Das kann weg. Hier landet er noch nicht. Obwohl. Verbunden, 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 verbunden. Alles weg hier. Da sind noch Tote. Wir brauchen einen weiteren Friedhof an der Stelle. Verbrenner kriegen erst mal 14.000. Voll geil. Wir brauchen einen weiteren Friedhof. Guck erst mal bei Müllabfuhr. Obwohl das eigentlich schon gut eingebunden ist, ne? Wir machen mal hier nochmal einen. Jo. Passt. Und wo wir schon mal dabei sind. Da ist die Hauptstraße. Machen wir hier Wohngebiete hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das nachher reicht. Hier fahren mittlerweile schon so viele Leute hier. So, warte. Da ist irgendwo. Da ist eine Haltestelle. Das heißt, die können weg. Die Haltestelle hat einen relativ großen Radius. Und hier kommt die große Station hin. Die Central Station Nummer 1. Kommt ein paar Bäume hin. Da sind die Stromgeneratoren. So. Hier eine Autobahn. Könnte man... Ah, normalerweise müsste ich die hier hin machen. Schallschutzwände sind hier am Start. So, jetzt müssten wir eigentlich 12.000 bekommen. Kurz warten. Was macht unser Stromhaushalt? Sind noch im Plus. Aber guck mal. Der eine Staudamm hätte locker gereicht dafür, ne? Oh, ich sehe da gerade was. Lol. Einfach so ganz alleine die Dinger. Ne, warte. Wollte ich gar nicht da hin machen. Ich wollte da die hin machen. Ne, aber nicht so weit. Warte kurz. So. Direkt eine Autobahn. Die auch noch. Ja, komm, mach mal so. Hier in der Mitte. Oha. Bin gespannt, wie es da aussieht an der Stelle. So. Unsere Stadt nimmt langsam Form an. Was macht unsere U-Bahn? Findet man das interessant. 259 Passagiere. Mit zwei Bahnen. An dieser Haltestelle warten immer sehr, sehr viele. Wo ist das? Ach so. Um von der Insel in die Stadt zu fahren, ne? Aber er gibt auch voll Sinn, wenn wir ehrlich sind. So, 11.439 schon an Einwohnern. Hier drumherum hätte ich ganz gerne Wohngebiete. Also, dass die Steine noch da bleiben, letztendlich. Ja, ich glaube, das müsste so gehen. So eine Art kleiner Park in der Mitte. Hier sieht man es auch ganz gut. Wird nicht verdrängt. Auch wenn ich jetzt hier alles grün gemacht habe. Aber hier auch ein kleines Haus. Hier ein großes, direkt am Stein. Stein-Integration. Nice. Gut, der Baum ist mittendrin. Das ist nicht schlimm. So, passt schon. Wenn man Bouldern geht, ist das bestimmt geil so. Wenn man das im Garten hat. Im Gemeinschaftsgarten. Riesige Felsen. So. Wasser. Die Pumpen sind auch nicht mehr im Wasser. Nicht mehr so weit wie vorher. Weil wir die Staudäme weggemacht haben. Guck mal, die Müllanlage kann hier weg. Die Uhrstraße kann weg. Also die Straße, die wir ganz am Anfang mal gesetzt haben. Ähnlich wie... Warte. Der kann da hin und... Der kommt da hin. Oh, verfügbarer Strom. Achte mal drauf. Wir brauchen schnell unseren Staudamm. Hilfe! Hat er... Oh, der passt sogar noch dahin. Nice. Los. Geothermie-Kraftwerk. Aktiviere dich. So, Kackstrahl. Auch am Limit. Wie von jetzt auf gleich auf einmal alles am Limit ist. Oh Mann, ey. Dankeschön. Harte. Und jetzt läuft's wieder. Oh, Kackstrahl City geht aber voll weit, ne? Wenn wir jetzt hier mal unsere Verschmutzung anzeigen lassen. Das müsste ja dann irgendwo bei Verschmutzung sein. Was ist das denn? Katastrophenerkennung. Industriegebiete. Da ist es. Ah! Das ist viel. Auch leer. Ausgezeichnet. Aber die Insel ist ja echt im Einklang, ne? Das ist schön. Machen wir hier auch nochmal alles voll. Im Einklang mit der Natur. Yo. Warte, ganz kurz einmal wegmachen. Einmal die Gebäude wegploppen lassen. Oder anders. Ich reiß die ab. Komm, die müssen weg. Oh! Große Stadt. Endlich. Gastdozenten. Krematorium können wir schon. Ach, bei 12.000 waren die schon drin. Ah, jetzt geht ab. Dann schwimmende Müllsammler. Kryko-Konservatorium. Mein Gott. Kryko-Konservatorium. Und hier ist der, der U-Bahn, der U-Bahn mit Platz. Das wollten wir haben. Dann können wir dann nächstes Mal richtig geile Sachen bauen. Und darauf haben wir gewartet. Korrekt. Weg mit euch. Aber sieht doch schon mal gut aus. Wie sieht eigentlich unser Traffic aus an der Stelle? Verkehr? 83 Prozent. Aber guck mal. Oh! Das stimmt. Wie ist da noch, wo wir hier in der Mitte alles auf 50 runtergesetzt haben? Das hat es gebracht. Guck mal. Die fahren jetzt alle hierher. Nice. Das hätte ich ja nicht für möglich gehalten, ne? Genau wie hier. Guckt euch das an. Da fahren jetzt echt wenig durch die Stadt. Ist das nicht geil, hör mal? Klingt auf jeden Fall gut. So, und hier das hier, das lassen wir nächstes Mal weitergehen. Weil wir wollen ja nicht nur eine Stadt machen, die von Einwohnern strotzt. Sondern wir wollen ja eine Stadt haben, die auch einigermaßen aussieht, ne? Oh, Windkraftwerk ist weg. Das hat die schöne Sicht versperrt. Äh. Kann nur einer sagen, der noch keins in seiner Umgebung gibt. Obwohl, wir haben hier welche. Nicht viele, aber es sind welche da. So. Aber ich glaube, nächstes Mal geht's hier nochmal richtig ab mit der neuen U-Bahn. Und ansonsten, lass die Bewertung da. Bis zum nächsten Part. Tschüss.